Ich würde gerne die Gelegenheit benutzen, mich bei allen zu bedanken, die sich bei mir gemeldet haben. Ich hatte für mich überraschend extrem viele Reaktionen aus dem Kantoglaris und der ganzen Schweiz. Von vielen Leuten, die ich gar nicht kenne, von vielen Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die mit mir zu tun sind oder mit mir gestudiert haben. Ich hätte mich bei allen für ein wirklich wohltuendes Wort bedanken und für das Interesse, das sie bekommen haben und für die Offenheit, die ich wirklich freue und bin extrem überrascht zu sehen.